Manfred Pranger, sieben Zehntel, Guthaben auf Mario Matt, Unternehmen, Titelverteidigung, zweiter Teil. Sehr exakt begonnen, das ist ja eh seine Art. Gefällt dir das? Ja, nicht schlecht, aber jetzt ist der Fehler da. Schau, jetzt hat er einen kleinen Steher gehabt, aber das hat er im ersten Lüben auch schon gehabt. So, zwischen Zeit, Sechshundertstel. Ah, der Mario. Ganz engen Kiste jetzt. Mit Mario Matt, noch ein Fehler. Fast am Innenski ausgerutscht, er hat nicht so die Balance zwischen Innen- und Außenski, wie es sein sollte. Nicht nachdenken, jetzt nicht nachdenken, Manfred Pranger, in Rhythmuskomman, 57, Hundertstel. Cousinot als Zweiter, hat nur 500 zurückstanden und Juasa nur 14 als Dritter. Schwingt auch jetzt in den Vertikalen etwas weiter aus. Es ist zu befürchten, dass der Titelverteidiger geschlagen ist, 1,42, 1,43. Für mich bist – wenn du dich ja乾 실� realistically ein Anhalst까요?